gute liebe leute es heißt wieder shell shock live diesmal ein 4 gegen 4 aber letztes mal auch schon entschuldigung natürlich mit dem bouncer gutem 4 ist doch neu oder das ist neu aber wieso hast du das überhaupt eingestellt wieder werbung odenwald gaming die folge geht online ich bin mal gespannt was wir diesmal reisen sie bald auch mein erster ist soweit weinheim gibt es ja eigentlich einstellungen ich habe das ein bisschen lauter spiel hier gerade bei mir ich mache gerade nichts so das lang ich hoffe ich habe noch zeit ja ok 19 sekunden horizon dann bleibe ich gleich kriegst du alkohol voll in die fratze alkohol ich komme ich habe einen kritischen schaden abgekriegt mist ja was hast du da ein helikopter was ist das denn ja heli bombardmo auch voll auf alkohol wollte ich doch gar nicht ich habe nur 196 leben ich kassiert total hier läuft so war und ich habe aber auch nicht viel geld das will ich mal so sagen ich nehme mal den controller wieder meinst du es geht besser na gut jetzt kann ich eben nicht wie traf ich es denn weiter weiter nicht so ja naja jetzt genau da wollte ich ich habe 60 stelle mitgemacht geil 4 nach 18 und hier was scheiße tschüss ja ich bin auch gespannt ob das jetzt was wird schau mal der lukas sind halt echter voll reinhalten zu recht vielleicht vernichtung ja sehr gut was habe ich und ich habe keinen schaden gemacht und beim twinkler schade gut den fertig kannst du halt nicht treffen und den anderen aber auch nicht weil ich nicht weiter da hoch schießen kann leider wir probieren es trotzdem mal ich gehe vor alkohol probieren let's share our grave das ist ja der fertig wieso ist denn der andere so tief runter gefahren nein ok ich habe noch gefahren den kann ich mit einem tunner aber treffen oder wenn ich da volle kann rüber ja ja geil ich habe zwei stück davon oh das geht laufen auf dem sein ding dann kann ich nicht zielen na gut komm feier mal gucken was passiert 30 macht es aber nur oh was ist das denn weg mit dem kram ok ok es gibt noch mal ein tunner so ist mein letzter aber pack ich noch über den schwarze loch keine ahnung hau mal raus was du kannst dann mach ich palme oh der hat trotzdem getroffen oh was ist ah die palme ist sehr gut aber nur 15 schaden ja wenn der stehen bleibt habe ich aber ach bleibt doch stehen schlange ich will das überleben eigentlich tschüss ja ich schieß der andere schickste schicken pixel wow ich habe es noch keiner weiß ja na ja auch da mein kram noch drauf geschossen habe ich den erwischt so der hodenwald wir haben einen neuen freund ich habe auch zwar tunner aber ich habe gar nichts mehr um was gescheites ich glaube wir haben es so langsam gegründet tschüss 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 Ich auch, Level Up! Alles da! Feuert rein, Jungs und Mädels! Guten!